so dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen information ich bin der zuwar rock und heute abend live und in farbe die zwei der gaming talk zusammen mit dem kugel da wollen wir über retro games sprechen wir wollen mal so richtig ausklapp ist dann was haben wir damals gezockt was haben wir was haben wir uns damals da stunden tage wochen uns um die ohren gehauen mit irgendwelchen ja spielen die wir damals gesuchtet haben wie verrückt und die komischerweise jetzt auch wieder erscheinen wiederkommen also auch die gleichen stil richtung und so weiter da wollen wir uns darüber unterhalten und wir haben heute abend dabei so da freue ich mich ganz besonders drauf wir haben einen gast der uns besuchen kommt der uns auch eine menge zu erzählen hat was er gespielt hat und was da so gelaufen ist wie gesagt freunde einschalten heute abend 19.30 auf twitch und auf youtube da werden wir mit euch zusammen live die sache immer auseinander klapüstern und es ist uns auch ganz ganz wichtig dass ihr dabei seid dass ihr mit schnacken könnt mit schreiben können mit diskutieren können deswegen machen wir das ganze ja live also wie gesagt heute abend 19.30 einschalten nicht vergessen nicht vergessen einzuschalten heute abend und ja den sehen wir uns ja heute haben 19.30 bis bescheid ne bis dennne ich sag tschau